Schluss geht's da haben wir sind wieder bei Superflach mit Kilian und wieder genau ja weil er muss noch was an der Monsterfalle kürzen und wie ihr seht ja da soll ich es gehen da stehen wir ja nicht so ein Grad dran mit Optif ja okay und zwar bin ich hier sehen wir nehmen wir jetzt nur ganz kurz auf und und sind ganz schön viele Mops ähm und zwar weil ich kurz die Mop-Folle verbessern will und dann in der nächsten Aufnahme also nur kurz zwei Folgen oder so wissen wir nicht genau erwarten und dann geht ihr schnell Axt und so ich brauche hier ich brauche die Diamantenspitzacke echt dann brischt hier unten der Versuch auszuleuchten und so damit mehr Mops in der Mop-Folle es kommen nicht und ihr habt immer die Diamantenspitzacke also ich nehme mit ich nehme nur die unwichtigen Sachen mit äh ich lege oh muss ich jetzt anstieg an die ganzen Sachen hinlegen ich lege einfach alle Sachen in meine Kiste Bruders alle unwichtigen Sachen ich glaube ich brauche ich nehme aber ich nehme zwei Minuten zwei Steinschleiter mit und Nr aber machen jetzt noch nicht verliegst e die in der Tat und zwar brauche ich jetzt heute hat irgendwer noch Holz von euch was kann ich losgehen äh warte schon mal in die Holzkiste okay äh Elias es würde jetzt kann es kann gleich losgehen was kann losgehen äh wir sollen auch nach unten und alles ausleuchten alles ausleuchten damit hier oben mehr Zombies spawnen ja da braucht ihr Fackeln da braucht ihr Holz hier gibt es keine Kohle in dieser Welt ja doch ich habe Fackeln Holzkohle ihr müsst halt durch Holz Holzkohle äh was hast du äh 4 3 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 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 ein bisschen außerhalb halt jetzt hast du was du hast was zu präsen ja ich habe 24 so dass man krieger die explodieren ganz gerne ja noch nicht gemerkt und zwar muss ich jetzt die ganze umbauen ja hab ich doch gesagt damit oben mehr monster und nicht unten beziehungsweise gar keine ja damit unten eigentlich gar keine mannschaft und eher oben genau ich hoffe wir haben genug obsidian sonst muss ich jetzt noch kurz obsidian fahren gehen oder ja irgendwo bei den in der helles machen okay ich glaube jetzt ist hier schön viel ausgelöst da noch ein bisschen ob sie sogar bei wo gabrie gefällt hat er stimmt er ist sehr hart es wird genügend ausgeleuchtet hier ein schau mal runter ich kann gerade nicht ich bin gerade beschäftigt sind jetzt scheißig war der buch und kräftig in gibt naja ich brauchte gerade hier und ja es kannst ja gleich machen wo ich jetzt noch nicht ich dachte du hättest irgendwas mit dem wasser falsch gemacht tja wie willst du dazu da rauskommen ja hier durch oh hä ist es offen ich habe es gerade aufgemacht wenn ich sie eh umbauen muss ach scheiße gut die monster kommen rein ähm gabriel bring mir mal bitte den eimer mit wasser oh ja sag bloß du bist damit schon wieder da ja übrigens heute info gabriel ist mit dem eimer drauf gegangen nicht na ja ich weiß nicht ich darf den lagen nicht sind alle beschäftigt die hr ich immer ein kranes mit dem wasser drauf gegangen nach dem 믿ern einmal nicht wachstum ist klar er kann die was nicht und er hat immer so gemein zu mir der Siegmann ich doch nicht die Konkurrenz nachkommt das ist zu machen gut okay jetzt muss es gar nicht so gut wir spielen heute Spanien braucht egal ja ich will das Spanier abhalb Finale ja alles in die Weltreise schon der Weltmeister ja Weltmeister gern ein Europameister und wir haben Europameister das in Deutschland ist wenn ich die anderen er wolle wollen wir mit euch wetten etwas deutschland nicht Deutschland das ist Deutschland die Kehren wollen wir nicht mit den Abonnenten wetten nee warum nicht um ein Minecraft Meisterschaft genau Wettmeister nein um ein Minecraft King ich hab mich da draußen und dann studiert hier draußen Creeper weil da einer gespawnt ist du Bob nirgends nur da unten ist nicht schlimm war er beim Obsidian du Bob jetzt von unten hochstecken du musst aus du musst mit wurden Planks er musste normales Holz brennen es wollen immer noch ein paar Mops ne beim Brunnen und so und oben auf den Dächern acio ganz klar quatschen denn ich hab für jemanden specs aber damit die Diamantenspitzer ich hab die Diamantenspitze pointed direkt nicht gut er hat grad Leute gerade잔iter und da scheiße ich bin darf nicht mit der Diamantenspitze drauf du darfst du euh wenn ich kein Eisenschwert hab Walgar mir das genommen rechts in einer Kiste liegt noch 1 ja schießt die abgabe gibt es ihnen auch normales also irgendwas was man ja ich hab das mal weg kommen bei den boogie slimes habe ich alles warte gut da muss ich jetzt da hochstecken und zwar an der richtigen stelle deutschland von holz und hier stand klar wie viele monster ja ich weiß es merke ich ja auch selber dort beim brunnen hast du gesagt ja außerdem ja schwer auf der ruf 5 mann geil und gangster den häusern gaben ja chill doch mal ich muss sie gleich kleines drücken und die skelette zu bänden tippel 1 mann echt jetzt leider umstehenden skelett ist aber gar nicht gut nicht entscheidend ja mann skelett hat einen bogen gedroppt mit stärke 1 mit stärke 1 recht gut und derzeit sogar noch ein hacke bezahlt auf 1 aber bitte nicht in ertauchen abbaue habe ich ja nicht vor okay untertagsbordet das sowieso nicht ich glaube wir sollten es doch vielleicht mal neu aufbauen ich würde kaputt machen ganz abbreiten ja und dann alle löschen mit erde füllen warum nicht neu aufbauen jeweils wieder dann gebieden weil dann wieder keine ahnung wird halt das ganz abreißen und dann überall was mit erde füllen und so aber dazu müssen wir erst mal irgendwo hinkommen wo wir er abbauen können hier könnte überall erde bauen ja aber ich meine wo es dann noch schön aus wie das obsidian abbauen weil ich fehl gebaut habe natürlich wer will den alten bogen haben in ihr füßen alten bogen haben